Behinderungen in der Friedrichstraße in Erkner. Noch bis zum 4. Juli kommt es hier durch Bauarbeiten vor dem Wohnhaus in der Friedrichstraße 10 bis 12 zu Behinderungen für Fußgänger, Radfahrer und den Autoverkehr. Unter anderem sollen hier Kranarbeiten durchgeführt werden. Sicherheitsposten werden in dieser Zeit den Fußweg absperren. Radfahrer sind aufgefordert im Baustellenbereich abzusteigen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017